Herzlich willkommen zur Talk24 am 1. November. In Italien werden die Apotheken in die Impfkampagne mit einbezogen. Ab dieser Woche wird in den Offizien in Südtirols gegen Covid-19 geimpft. Vorbereiten müssen die Apotheken nichts, sie bekommen die Spritzen bereits fertig aus den Krankenhäusern geliefert. Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Länder aufgefordert, ihre Impfzentren wieder hochzufahren. Sie sollen bei den Auffrischimpfungen helfen. Bereits am Wochenende hatte Spahn einen Bund-Länder-Gipfel zum Thema Booster-Impfungen gefordert. Der grüne Gesundheitspolitiker Dr. Janosch Dahmen schlägt dagegen vor, die Apotheken bei den Auffrischimpfungen mit einzubeziehen. Denn die Arztpraxen hätten die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllt, so Dahmen. Für Infanrix meldet das Paul-Ehrlich-Institut einen Lieferengpass. Der Impfstoff gegen Diphtherie, Tetanus und Pertussis soll ab Januar wieder verfügbar sein. Die Ständige Impfkommission empfiehlt auf hörvalente Impfstoffe auszuweichen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder.